Es ist vorbei für dich. Das weiß ich. Was immer du denkst, was für mich vorbei ist, ist schon lange vorbei. Na los! Kommt, kommt, kommt! Dreh rum! Wir drehen nicht um, er ist tot! Was meinst du mit er ist tot? Er ist mein Bruder! Das sieht gut aus. Ist dieser Mann ihr Freund? Sag mal, wo dein Bruder ist. Er fährt nach Süden, weit weg von hier. Ich bringe sie zu ihm, versprochen. Dein Bruder hätte dich sterben lassen. Er lieferte dich hier draußen mir aus. Wenn du nicht ernst zu kämpfen, dann stirbst du ganz schnell. Mach ich hier los! Hör nie auf, an dein Leben zu denken, was du genommen hast. Es ist der Preis dafür, dass du es genommen hast. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Was macht er da? Er gibt nicht auf. Fang endlich an, auszupacken! Schon lustig, sich so darüber aufzuregen. Und das heutzutage. Gott will nicht, dass mir was passiert. Gott empfindet nichts für dich. Das Einzige, was jetzt Relevanz hat, ist, dass ich hier bin. Und er nicht. Du bist. Du bist. Du bist. Wructured er nicht. Du bist.